Meine Damen und Herren, die Cockpit-Crew begrüsst Sie auf diesem Fluge. Wir bitten Sie nun, die Sicherheitsquote zu schliessen und festzuziehen. Bitte stellen Sie die Rückenlehne Ihrer Sitze in eine aufrechte Position und klappen Sie die Tische ein. Nach dem Start bieten wir Ihnen eine Auswahl an Getränken und ein Essen an. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt bei uns an Bord. Wir starten in Kürze. Wir starten in Kürze. Wir starten in Kürze. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017